H2SO4 reagiert mit Kalium zu Kaliumsulfat und Wasserstoff. Die primäre Säurebildung beruht auf der Formel zu Kaliumdichromat und Natriumhydrogensulfat. Die primäre Säurebildung beruht auf der Formel von Kaliumdichromat. Die primäre Säurebildung beruht auf der Formel von Kaliumdichromat. Die primäre Säurebildung beruht auf der Formel von Kaliumdichromat. Es ist ein einfacher Säure, es ist ein einfacher Säure, es ist ein einfacher Säure. Musik! Musik!